Hallo und herzlich willkommen zum Basic Video 2 über die Eigenschaften von Würfel und Quader. Würfel und Quader sind spezielle vierseitige Prismen. Zuerst zum Quader. Ein Quader ist ein gerades Prisma und hat als Grund- und Deckfläche ein Rechteck oder ein Quadrat. Alle Seitenflächen sind auch Rechtecke oder Quadrate und alle gegenüberliegenden Seitenflächen sind parallel zueinander, so wie Grund- und Deckfläche. Wie man einen Quader zeichnet, erfährst du im Mastery-Video. Nun zum Würfel. Ein Würfel ist auch ein gerades Prisma. Und ein Würfel ist wiederum ein spezieller Quader, der aus sechs gleich großen quadratischen Flächen besteht. Alle Seitenkanten eines Würfels sind gleich lang. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.